hey ich bin's wieder chris und ich würde jetzt mal zeigen wie ihr bei tax 2022 eure pioneer umsätze importieren könnt was halt auch eine menge zeit spart ja ich werde euch das steuerprogramm taxa in der video beschreibung verlinken das ist eben das was ich seit 2020 auch schon nutze und echt ganz gut finde ja also als erstes mal werde ich euch in tax 2021 zeigen habe es aber auch schon auf einem anderen laptop bei tax 2022 probiert da funktioniert es noch genauso als erstes mal gehen wir bei pay und hier ein dann bin ich hier auf aktivität dann transaktionen und hier hat es eben nur funktioniert mit dem import der umsätze mit den monatlichen kontoauszug deswegen bin ich auf monatlicher kontoauszug gegangen habe dann hier in meinem fall mein us-guthaben ausgewählt weil ich nur us-dollar-guthaben hatte und habe dann hier eben monat für monat eben in dem fall für das komplette jahr 2021 das eben einmal erst mal exportiert jetzt hier als csv einfach dann hier heruntergeladen und das ganze eben zwölf mal für alle zwölf monate in dem jahr eben genau dann können wir jetzt in tax reingehen öffnen unsere gewinnermittlung und müssen jetzt aller erstes mal bei stammdaten auf online banking und hier eben unser pionier konto hinzufügen weil nur so klappt das dann auch mit dem import ja da habe ich ja einfach bankkonto angegeben daneben ja euer name den ihr halt als kontoinhaber von dem konto eben habt dann ja die e-bahn gibt es ja beim pionier konto nicht da das aber hier ein pflichtfeld ist habe ich einfach aus dem internationalen muster e-bahn rein gemacht damit wir halt einfach weiter kommen und das importieren können und als banknamen habe ich dann einfach pionier reingeschrieben ja als buchungskonto habe ich dann einfach bank ausgewählt und hier müssen wir jetzt noch auswählen über eine andere datei weil wir tun es ja über diese clv datei die wir gerade runtergeladen haben dann jetzt hier gleich importieren ja dann habe ich hier unten noch gemacht angekreuzt dass alle umsätze übernommen werden sollen ja und das war es auch schon dann habe ich das ganze abgespeichert und jetzt können wir schon hier oben auf den menüpunkt importieren gehen und dann hier bankumsätze in klammern csv eben auswählen ja hier wird es nochmal erklärt dann wählen wir jetzt unsere datei aus die wir uns eben hochgeladen runtergeladen haben das ganze müssen wir natürlich zwölf mal machen ja leider ich hatte auch probiert alles auf einmal zu exportieren da ging es aber leider hier nicht mit dem import deswegen mit den monatlichen kontoauszügen hier da hat es geklappt so nehmen wir jetzt hier den für januar genau das habe ich auf ja gelassen trennzeichen ist in dem fall komma und kontozuordnung wählen wir jetzt das pioneer konto aus was wir eben angelegt haben als online banking konto ja das war es auch schon dann können wir auf weiter gehen jetzt müssen wir noch die spalten zuordnen da reichen aber drei die drei wichtigsten einmal hier bei transaction date nehmen wir buchungsdatum dann bei credit amount habe ich buchungsbetrag genommen das sind ja die einnahmen die wir von serp und ihr konto immer überwiesen bekommen haben und dann bei description erster verwendungszweck das sind die drei pflichtfelder die wir hier mindestens angeben müssen habe ich aber auch nur die drei ausgewählt das reicht hat gereicht ja dann auf weiter so jetzt sehen wir hat geklappt die buchungen wurden eingelesen können wir das ganze mit ok bestätigen ja und dann sehen wir die jetzt schon hier unten und können die dann eben jetzt direkt in unsere buchung übernehmen ja genau können wir jetzt hier natürlich noch einen richtigen sachkonto zuweisen und das dann hier auf weiter gehen und eben übernehmen beim nächsten umsatz noch mal da muss man natürlich einmal das richtige sachkonto wie immer zuweisen einmal kontrollieren so und dann noch übernehmen und jetzt können wir auf laufende buchungen haben jetzt hier die online banking umsätze auch drin wurden auch schon verarbeitet und sind in den buchungen übernommen ja jetzt müssen wir noch folgendes machen zwar können wir auf ändern gehen ja das ist es leider so bei payoneer es ist schon so die leichteste variante wie es am schnellsten geht wie es euch gezeigt habe mit dem import aber leider müssen wir noch ein paar sachen nachbearbeiten nämlich beim zahlungsdatum hat er natürlich jetzt hier ja das datum vertauscht weil das payoneer transaktionsdatum eben im us format ist deswegen müssen wir sie einmal muss ich das ja einmal umtauschen eben in dem fall nicht erster achter sondern achter erster eben genau andersrum und dann habe ich auch noch angepasst dem betrag weil der ist ja in dollar er tut ja aber alles in euro importieren aber das war eigentlich 1,78 hat das aber auch als 1,78 was natürlich nicht stimmt da müssen wir dann in unser payoneer konto noch mal reingehen bei den transaktionen und dann gucken zum beispiel ist bei den 1,78 wie viel das zu dem zeitpunkt in euro war also wie viel da der umrechnungskurs war das steht dann meist bei payoneer bei den transaktionen auch mit da und dann kann man sich das ja einmal kurz umrechnen und dann den richtigen euro betrag reinschreiben also da müssen wir schon noch ein bisschen nachbearbeiten und eine weitere sache die natürlich auch ein bisschen schade ist mir ist aufgefallen er übernimmt leider nicht alle umsätze aus der clv datei sondern nur ein paar das sind jetzt zum beispiel nur drei das waren aber deutlich mehr als drei deswegen habe ich dann die anderen die restlichen umsätze noch manuell übernommen dafür habe ich mir ja einfach erstmal speichern dafür habe ich mir ja einfach einen ausgewählt habe den dann hier unten kopiert und habe den dann halt hier manuell eingetragen eben das datum abgeändert gegebenenfalls den verwendungszweck also was bei der transaktion bei payoneer als beschreibung dasteht und eben auch den betrag dann noch ja angepasst für den für diese anderen transaktionen die eben nicht importiert wurden also da muss man noch mal kontrollieren abgleichen am besten payoneer transaktionen daneben halten und dann hier in tax gucken welche noch fehlen dann ebenso manuell noch ergänzen ja könnte alles noch ein bisschen besser und einfacher gehen aber das ist jetzt so die einfachste möglichkeit die ich kenne um relativ fix die payoneer umsätze hier zu importieren ja und könnt mir gerne mal in die kommentare schreiben ob ihr ja eure payoneer umsätze auch schon so importiert habt oder wie macht ihr das so vielleicht kennt ihr sogar noch eine bessere variante wenn ihr noch fragen habt oder tipps gerne natürlich auch rein damit und ja guckt euch auch gerne meine road to affiliate playlist an werde ich euch auch beim i verlinken und in der video beschreibung da findet ihr mehr solche videos ja was euch eben hilft bei der selbstständigkeit und gerade auch selbstständig als affiliate zeige ich solche sachen wie gewerbeanmeldungen geschäftskonto anlegen steuer erfassungsbogen krankenversicherung steuererklärung und auch falls das affiliate marketing anfangen zum beispiel noch nicht so gut läuft das was man auch noch machen kann um schon mal gut auf 300 bis 1000 euro im monat zu kommen mit geringem aufwand am tag zeige ich hier ein paar möglichkeiten noch und eben alles mögliche was mir geholfen hat bei meiner selbstständigkeit vor allem auch als affiliate ja weiterführend dazu gibt es natürlich auch noch meinen nischen aufbau plan ja könnt ihr euch auch mal gerne angucken wenn ich das interessiert werde ich euch auch beim i und in der video beschreibung verlinken da ja zeige ich noch mal genauer wie man ja wie ich was mir bei der selbstständigkeit geholfen hat auch zum beispiel was für software auch und ja was genau ich da alles ja gemacht habe und beachtet habe und auch wie ihr euch eine komplette nische eben aufbaut so ein grober bauplan für das affiliate marketing ja finde ich natürlich auch ganz viele ja andere ja im trainings eben von mir viele trainings lager ich habe uns hier alles dokumentiert was mir geholfen hat auf 10 bis 60 euro am tag als affiliate zu kommen gut ja wie gesagt das programm tags habe ich auch verlinkt und dann soll es das gewesen sein ich hoffe es hat euch weitergeholfen und dann würde ich sagen bis bald bis zum nächsten video ich freue mich auf euch tschau 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 euer Chris